Hallihallöchen Pupöchen und willkommen zurück bei Fallout New Vegas Blutpaket Ja nehmen wir ein Blutpaket Und noch mal ein bisschen aufbereitetes Wasser Wasser Joa ok 5 Kilometer Patronen, ich sehnte auch gut Minigun Brauch ich jetzt nicht Ich würd nur gerne wissen wie ich da hinkomm Oh psycho hat nachgelassen Ich fühl mich total psycho Oh hi Na du Ich auch Ich würd trotzdem gerne wissen wie man da hinkomm Zum Spannungswerk Kann ja jemand dasselbe sein hier So geht das ja nicht Spawn die Monster mal wieder Das ist ja auch Fies ey Wie soll ich da hinkommen ey Irgendwie da so Aber ich Äh Ich Kenn mich doch nie aus hier Hm Da Irgendwie so ein Weg Mit dem wir hoch Rappen können Oder sowas Ganz hoch Pitschen Hoch Sneegen Speicher mal Wie muss man da hoch kommen Tschüüüüü Ähh Au Ich weiß nie wie ich da hochkomme Am besten mögen Was? 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 Warum mach ich jetzt die ganze Zeit Punkte? Nicht wahrscheinlich an meiner Begleitung die hier gerade irgendwie GP sammelt Ich weiß nicht wie ich da entkommen soll Ich hab keine Ahnung Wir verschieben es einfach nach Wunder jetzt Nach da Und nun direkt Ja ne ne nehm ich jetzt noch nicht Lohnt sich noch nicht Sommma Bist du hier Irgendein Viech ist so hier Ah Da Das ist das Ding hässlich Ist das Ding hässlich Es lebt noch Jetzt nicht mehr Dann geh ich auch nochmal sicher Kann nicht sein dass das Ding nur lebt Sneaky die Sneak man Oh Skorpione Rad Skorpione Ja super Der Waffe ist extrem schlecht Ja da wäre ich nicht drauf gekommen Oh ich hasse es Warte mal Warte mal Warte mal Warte mal Warte Äh Ja der Fatman ist ein bisschen übertrieben ne Nehm Nehmen wir mal ne 9mm Nehmen wir mal ne 9mm Wo rennst du denn jetzt hin Die rennt direkt wieder in die falsche Richtung. Halt die Frau. Wo ist Ruddy, die Rettmann, hin jetzt? Warte. Oh oh. Zum Alufeige Stück. Warum haust du denn ab? Das ist auch noch ein riesen Kopion, ey. Hier sind einige. Veronica, du hast das schon. Ich bin wohl nicht in die... voll in den Schuss, weißt du? Da läuft die mir voll in die Schuss, du Wiese. Garten? Das müsste eigentlich gleich hier sein. Das müsste eigentlich hier vorne irgendwo sein. Ah, Skorpiongulsch. Ah, okay. Da gibt's Sinn. Jetzt weiß ich auch, warum das so heiß ist. Ja gut, der bringt uns nicht viel. Oh. Na, der auch nicht. Oh. 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 Ihm. Oh. ist ja keiner sofort wieder in geschissen kommen so was gibt jetzt noch Die Linie. Na, kommt das nächste. Achso, das ist ein Riesen-Kopio, oder was? Oh, na gut, okay, die halten dann nicht so viel an. Ist der eine jetzt abgehauen, echt? Und wie ist das mal ein feiges Hühnchen, Junge? Gibt's doch gar nicht. Na, guck, über den Stachel hier erwischen. Ja, natürlich geil. Wegzuschießen, ne? Ich schieße auf den... Achso, der Stachel. Oh, da kommt ja doch einer. Ich freu mir... nicht. Ich schieße auf den Stachel. Alter, wo kommen die her? Kommt von irgendwo angescheißert, ich schwör's. So, jetzt kommen sie niemanden gescheißert. Jetzt hier? Boah, wunderbar, ne? Toter Prospekt... Absinth. Äh... Kronkorken... So not sau wie auch schmutziges Wasser. Jetzt hab ich keine Schippe dabei. Was brauchen Sie? Bis später. Hm. Ja, gut. Scheinbar kann man hier alles machen. Wenn man gerne hätte. Dann eben da hin. Wir speichern. Okay, das ist irgendwie gerade creepy. Ist auch da. Ah, da. Schau mal. Bleck, du noch Höhle. Jetzt schlag ich! Huuu! 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 Oh, wir haben einen Stutenaufstieg. Ähm... Huuu! 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 Ok, der Kojude ist leer. Ok, doch. Ich kann ja nur nachladen. Ok, scheinbar nicht. Ich weiß nicht, was es ist, aber ich gib's dir mal. Wo war'n das? Hä? Paladin Grill. Bitteschön, dafür gibst du mir aber zu essen. Wenn du aber was hast. Ah, ich bin hier am Stil. Das sieht doch cool aus. Das war's? Ist das die ganze Höhle? Das war die ganze Höhle. Ok. Ich dachte, es geht immer noch weiter. Ja gut, dann haben wir die Höhle auch mal durchgespielt. Einmal Höhle durchgespielt. Oh, genau. Geht ja auch. Nein, da noch. Das war das Unspannungswert. Trocken sie. Da können wir so viel leben. Dann. Das leckt so manchmal, ne? Ich weiß aber echt nicht, woran das liegt. Ob's vom Spiel selber ist? Das ist das. Oh. Das ist das. 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 Wir wollen ihn abladen. Wieso ist die denn? Ich treffe sie nicht. Ich treffe sie nicht. Jetzt aber. Alter, was ist denn mit dieser? Jetzt aber. Das ist ja nicht. Treffen. Ist das jetzt der Trockensee? Ja, ich habe den Trockensee gefunden. Das ist das Unspannungswerk. In der Seite kommt auch nicht drin, oder? Ich wüsste nicht wie. Nö. Oder? So wichtig ist das jetzt auch nicht, glaube ich. Sammlerplattform, das klingt interessant. Oh, warte mal. Oh, warte mal. Oh, warte mal. Sammlerplattform, das klingt interessant. Oh, warte mal. So, mal hier hinreisen. Und dann, äh. Könnten wir dieses Camp, äh. Erkunden. Hier. Aber das machen wir Anfang der nächsten Folge. Tschau mit V. Tschüss. 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 Tschüss.